Hallo, also wenn irgendjemand im Internet schaut, ich bin der Beck, Manuel auch, bin drogensüchtig, bin im Metaprogramm, lebe jetzt hier in München und dann haben wir hier so zwei hübsche Damen, dieses Callcenter, äh, Call, was weiß ich, das ist so eine Box aus, weiß ich nicht, mit einem Laptop drin, haben gemeint, ich soll jetzt mal einfach mal ein bisschen was labern, scheißegal, wer ich bin oder wie ich bin, ich fühl mich wohl, obwohl ich scheiß Kindheit hatte und blablablu, hab keine Wohnung, hab keine Arbeit, kann dafür Sound machen, hab genug Equipment und es wär cool, wenn ihr mal auf unsere, auf meine Webseite schauen würdet, auf, ähm, myspacemusics, ähm, slash, blüster, das wär cool. Und dann knüpft mir Kontakte, ich kann für euch Beats machen oder so, oder mal einen Internetschern, vielen Dank, auf euer Wohl, und aus.